Eine Klimaanlage für ihre Terrasse und den Garten? Der Breezy Time von MGO Technik Fox Systems ist die Lösung. Manuela und Gerhard sitzen an ihrem freien Tag im Garten und entspannen. Es ist brütend heiß und plötzlich kommt auch noch eine lästige Gelse angeflogen und umschwirrt die beiden. Es ist so heiß, jammert Manuela, und ich erwische die Gelse nicht. Verdammt, jetzt hat sie mich erwischt, schimpft Gerhard. Wie sollen wir da den Sommer genießen, fragt Manuela. Eine Klimaanlage wäre jetzt genau das Richtige. Eine Klimaanlage im Garten? Gerhard holt sein Tablet. Ich hab da was gehört von einem kühlenden Nebel. Ach, sieh mal, sagt Gerhard. Breezy Time steht da. Die Umgebungstemperatur wird abgekühlt und Insekten haben keine Chance mehr. Erreicht wird das durch einen ultrafeinen Sprühnebel. Auch Pollen und Staub werden gebunden. Die Terrasse fühlt sich an wie ein wohltemperiertes Wohnzimmer und die Gelseninvasion wird gestoppt. Das klingt wunderbar, denkt Manuela. Sie lesen weiter. Da steht Top-Beratung und Kundenservice, Top-Produkt und einfache Montage, kinderleichte Anwendung, sehr geringer Wasserverbrauch, sehr geringe Betriebskosten, kontrollierte Verteilung, Besichtigung im Schauraum. Hier steht eine Telefonnummer. Lass uns gleich anrufen. Manuela ist begeistert vom sensationellen Fox Systems und wählt die Nummer des Wiener Neustädter Unternehmens MGO Technik. Sie erhalten einen Termin im Schauraum in Wiener Neustadt und werden umfassend und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt beraten. Und das kann der Breezy. Er senkt die Außentemperatur. Er erhöht den Komfort im Freien. Er reduziert Staub und Pollen. Er hält Insekten fern. Manuela und Gerhard sind überzeugt und entschließen sich zum Kauf des Breezy Time. Wenn auch Sie, wie Manuela und Gerhard, ihre Wohlfühlterrasse selbst bei sehr hohen Temperaturen voll auskosten möchten, rufen Sie uns an unter 02622 275 650 und lernen Sie das neuartige Fox System kennen.